Jo was geht ab liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz ganz kurzen Video So liebe Leute, ich möchte mich mal aus meinem YouTube freien Urlaub Ich habe lange lange Zeit gerade gar nichts mehr für YouTube gemacht, wieder aufgenommen, noch hochgeladen oder sonst irgendwas Irgendwie macht mich dieses Sommer noch gerade so ein bisschen fertig und raubt mir gerade die Lust für alles irgendwie Deswegen habe ich gedacht ich mache mal jetzt ein ganz kurzes Video, weil es so langsam wieder los geht Die Beta zu Destiny 2 startet ja nächste Woche, die wir angehen werden Dann kommt ja bald Hellblade raus am 8. August Sowie Life is Strange Before the Storm Zudem wurde jetzt mal eine Leitung umgestellt von 200 auf 400, was nicht ganz problemlos verlief Und vielleicht kommt jetzt noch ein neues Mikrofon dazu, das Rode NT2A Ich weiß noch nicht, ob ich mir das holen werde, weil irgendwie sieht das schon ganz geil aus und ein neues Mikrofon könnte vielleicht was Aber darum sollte es jetzt im Prinzip gar nicht gehen liebe Leute Und zwar ich brauche was von euch Und zwar was ich von euch bräuchte, wer künstlerisch was drauf hat Ich bräuchte und zwar einen Kanalbanner in der Größe 2560x1440 Und das ganze Ding darf nicht größer sein als 4 MB Ich bin auch bereit Geld auf den Tisch zu legen, entweder bei PayPal, PaySafeCard oder in Form von PSN Guthaben oder Xbox One Guthaben Je nachdem, was derjenige will oder braucht oder was auch immer Ihr könnt mir die ganzen fertigen Sachen dann am besten per E-Mail schicken Ich lasse dann meine E-Mail-Adresse in der Beschreibung drin Also ihr müsst kurz in die Beschreibung runtergehen und dann seht ihr eine E-Mail-Adresse und dann könnt ihr mir das ganze Ding hinterlassen Und der Gewinner wird dann spätestens zu Peter von Destiny 2 benachrichtigt Aber es soll mir auf jeden Fall eine Nachricht dargelassen werden, was derjenige will Entweder über Geld per PaySafeCard, PayPal oder Microsoft Guthaben oder PSN Guthaben, je nachdem Also ihr Leute, weil ich bin mega schlecht in welchen Sachen so einen Kanal-Banner zu erstellen Ich kann sowas rein gar nicht, ich bin sowas echt eine Niete Also wer wirklich was drauf hat, kann es mir mal zukommen lassen Also ihr Leute, ich genieße jetzt noch ein bisschen meinen YouTube-freien Urlaub Es geht bald wieder los in knapp weniger als 7 Tagen Vielleicht wird es einen Livestream geben nächsten Sonntag, ich weiß es noch, äh diesen Sonntag meine ich Zu welchem Game auch immer, ich weiß es noch nicht Ich muss gucken, ob das jetzt alles mit dem Internet funktioniert Und ob es auch mit meiner PS4 funktioniert Weil irgendwie ist alles nicht ganz einfach, ich weiß nicht warum Aber die Leute, wir sehen uns irgendwann wieder Bis dahin, haut rein Und tschüss